Aber da fiel es hier wieder Thea, links. Der Thea ist kacke. Er geht auch ziemlich auf die Sehne, links. André? 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 Servus? Geras? Ja. Ich meine doch die Dings, die unter Einbachwelle in der Borzwelle ist, glaub ich. Äh, ja oder gar nicht mehr Welle. Ich glaub ganz normal, weil die sind ganz gestaunt. Ja, die haben gesagt, der ist vollbehoffend hier von München. Ja, sie. Den müssen sie jetzt sozusagen durch einfach. Sehr gut, aber erst kommt da nichts mehr nach. Ja, ja. Oh, das ist ein Viecher. Schlecht da oben? Ja. Na, haben wir im Auge gewesen. Na, na. Das ist Hack am Schuppen, gell? Ich glaube nicht mehr so raus schlecht. Geradeaus, links. Aber erst hinterher, rechts. Ja. Schauen wir, ob es geht. Äh, ich meine da links. Ja, war's schon. Oh, Pause. Oh, ist hinter uns jemand, der uns einholen will? Bitte? Kommt jemand? Ja, ja. Rechts? Ja. Geradeaus meine ich. So, geradeaus. Ja. Ja. Du kommst bald ins Fernsehen. Ähm. Oh, leh. Da kann man den wenigstrecke gar nicht mehr fahren. Das ist halt amtlich. Aber es ist eine sauberne Überschwemmung. Fahren wir wo? Die wenigstrecke. Ja. Glaubst du dich scharf rechts? Hä? Vielleicht schaffe ich es rechts, ja. Was ist rechts? Ne, wenn jetzt hier so viele da herkommen, dann fahren wir doch geradeaus. Da geht leider auch nicht mehr. Dann müssen wir halt die nächste irgendwo anders fahren. Da geht's doch rechts. Kannst du nicht umdrehen. Kannst du nicht umdrehen. Das Video. Hä? Ja. Ja, hier kann man doch rechts noch abbiegen, oder? Ja. Kannst du nicht umdrehen? Ja. Kannst du nicht umdrehen? Ja. Staurier, oder was? Irgendwo keine Leute sind. Staurier. Ja, ja, genau zum Staurier ist gut. Ja, schau mal, vielleicht krieg ich auch hier die Rechtskurve. Ne, ich fahr geradeaus. Ja, da geht's dann auch wieder bergab. Ja, da geht's dann auch wieder bergab, oder? Ja. Okay. Läuft. Ne, hab ich eigentlich einen anderen Gang drin als sonst. Oh, ne. Ja. 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 Sie blinkt, aber sie leuchtet nicht. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017